Wir reden ja viel über verschiedene Altcoins und da gibt es eine Menge Projekte, die richtig spannend sind, aber es gibt einen riesen Altcoin, den Altcoin schlechthin, über den redet man gar nicht viel, weil der ist so selbstverständlich, dabei ist der so irre stark und ich rede hier von Ethereum. Und warum dieser Coin so eine fantastische Zukunft wahrscheinlich vor sich hat, will ich euch in diesem Projektupdate mal zeigen und wenn ihr Ethereum interessant findet oder investiert seid, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn wir gehen die Zahlen, Daten, Fakten durch, warum Ethereum 10.000 Dollar erreichen kann. Genau, wir reden von Ethereum und warum der so abgehen kann, wie eine Rakete im nächsten Bullrun. Herzlich willkommen hier bei Hallo Crypto mit einem Projektupdate zu dem Altcoin schlechthin. Wir wollen uns angucken, was hat Ethereum für eine Wahnsinnsgeschichte und vor allen Dingen, warum vermutlich eine hervorragende Zukunft und wer denkt, Ethereum ist manchmal ein bisschen unspannend, dem kann ich echt den Zahn ziehen, denn so ist es überhaupt nicht. Und Ethereum hat echt spannende Sachen zu bieten, hat in der Vergangenheit schon große Sachen gezeigt, deshalb gucken wir erstmal auf den Chart, ziehen uns dann rein, wie bestimmte Zahlen und bestimmte Kennzahlen Ethereum stark machen. Wollen aber auch ein bisschen auf den kritischen Aspekt gucken, denn Ethereum ist natürlich sehr stark geprägt, auch von Layern 2 und darüber wollen wir auch reden, dass auch eine kleine Gefahr in diesem riesen Andrang steckt, der auf der Ethereum Chain stattfindet. Also, alles wichtige Informationen, bleibt bis zum Ende dran, dann habt ihr das komplette Paket der Infos und wir gehen jetzt mal los mit dem Chart. Hier sehen wir den Ethereum Chart und zwar im wirklich Big Picture Langzeit und da sind wir mal ganz weit rausgesumt und ich habe extra mal die Kurszuwächse angezeigt. 2017, unglaubliche, über 24.000 Prozent explodiert, legendär, dann aber im letzten Bullrun 2020 bis 2021, Mitte 2022, wir haben immer noch über 5000 Prozent gesehen, vom Corona-Crash, vom absoluten Tief bis zum All-Time-High bei etwa 4830 Dollar. Und jetzt habe ich einfach mal eingezeichnet, vom jetzigen Stand bis zu 10.000 Dollar, was müsste Ethereum erreichen? Und ihr seht dort, es ist gar nicht mehr so viel, 400 Prozent. Das kann man Ethereum auf jeden Fall zutrauen. Und was dazu kommt, was unheimlich klasse ist, ist, Ethereum hat eine ganz, ganz tolle Stärke gezeigt. Und man hier sieht, viele Coins sind ja runter, die sind wieder auf ihre Ausgangsniveaus irgendwo gegangen. Ethereum hat hier sanft einen Bottom gemacht und könnte selbst nochmal ein bisschen runtersacken, würde wahrscheinlich immer noch nicht beschädigt sein, hat also ziemlich Stärke gezeigt und kann dann den Weg nach oben gehen. Das ist vom Chart her eine ganz, ganz tolle Sache. Aber wir wollen gar nicht so sehr viel über den Chart reden, weil es gibt so viele andere Informationen, die ich in den Vordergrund stellen will. Denn wir wollen jetzt auch ja längerfristig eher aus Investorensicht gucken und nicht so für kurzfristiges Trading. Deshalb hier die Informationen, die Ethereum so stark machen und die du kennen musst, wenn du Interesse hast zu investieren oder schon investiert bist. Hier sehen wir mal das Wachstum der Ethereum-Adressen und das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn eine Chain benutzt wird. Und dieses Wachstum hier ist echt massiv, weil man sieht hier überhaupt keine Delle. Also es erinnert mich so ein bisschen an den Chart von Amazon nach der Dotcom-Blase. Der ging auch von links unten nach rechts oben immer konstant hoch oder Apple hat eine ähnliche, die Apple-Achse hat einen ähnlichen Chart. Also besser geht es eigentlich nicht. Das ist richtig, richtig gut und da sieht man auch keine großen Verwerfungen. Man sieht eine ganz kleine Abflachung nach dem Bullenmarkt. Hier ist ein bisschen steiler, hier ist so ein bisschen flacher, aber das war es dann auch schon. Ehrlich, da gibt es nichts dran zu meckern. Warum ist das so? Weil auf Ethereum so viel passiert. Es gibt einfach so wahnsinnig viele Layer 2, die da drauf angelegt sind, Ethereum schnell zu machen, benutzbar zu machen, günstige Fees zu haben. Und hier haben wir mal einen Ausschnitt der wichtigsten, auf den insgesamt fast 10 Milliarden US-Dollar gelockt sind. Arbeit drum natürlich ganz vorne, aber auch so Chains wie Optimism oder Immutable X oder auch selbst Metis. All diese Chains arbeiten als Layer 2. Dann haben wir noch die Sidechain Polygon, die im Grunde gleiche Funktionen hat. Auch die Ethereum-Nachteile, das heißt Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosten auszugleichen. Das ist aber gleichzeitig etwas, was der Entwickler und Vater von Ethereum Vitalik Butterin selbst kritisch anmerkt, sagt, das ist die schwachste Achillesferse. Weil es läuft so viel, wir haben so viele Komplexitäten, so viel Layer drauf auf Ethereum mittlerweile, dass er ein bisschen Sorge hat, dass Ethereum, die ja auch dauernd Updates einspielen, sich weiterentwickeln, quasi im laufenden Betrieb von einem LKW zu einem Rennauto umgebaut werden, dass es darunter zusammenbricht. Das sagt Vitalik nicht, dass er das vermutet, aber er sagt, es gibt diese Gefahr und das sollte man ernst nehmen. Insofern, das ist sicherlich die kleine Schwachstelle, wo man darauf hinweisen muss. Es gibt aber eine Reihe anderer Dinge, die extrem positiv stimmen und hier ist eins davon, das ist zum Beispiel, dass wir das Thema Regulierung bei Ethereum ganz anders sehen, als bei vielen anderen Altcoins. Wir haben hier die Aussage von der CFTC, dass die Konkurrenzbehörde, die zweite Regulierungsbehörde neben der SEC, die sagt, für uns ist Ethereum eine Commodity. Also anders als das, was Gary Gensler und die SEC sagen, wir müssen mal sehen, wie lange Gary Gensler überhaupt noch bei der SEC ist. Oder vielleicht ist er zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video machen, gibt es ihn wohl noch, aber vielleicht ist er, wenn wir das Video ausstrahlen, schon weg. Keine Ahnung, das ist aber auch egal. In jedem Fall ist die Position hier regulierungstechnisch für Ethereum viel, viel besser als bei anderen Altcoins. Das ist sicherlich ein spannender Punkt und das wissen auch die Institutionellen und deshalb sind die heiß drauf, auch in Ethereum reinzugehen. Und demnächst gibt es ein neues Vehikel, eine neue DEX sozusagen, die gebackt ist von den Finanzgrößen Charles Schwab, Fidelity und Citadel. Die werden erstmal vor allen Dingen ein paar ganz klassische Coins handeln, die ja eher unspannend sind, aber Ethereum ist auch mit drin, nämlich hier, es gibt das Signal, dass dort entsprechend zum Beispiel Litecoin und Bitcoin Cash, natürlich auch Bitcoin gehandelt werden. Aber Ethereum wäre mit in diesem Konzert und das sind die als Nicht-Securities von SEC gelabelten Coins und Ethereum eben wahrscheinlich auch nicht eine Security. Das heißt, da kann die institutionelle Finanzwelt reingehen und da haben die großes Interesse dran, denn Ethereum hat eine riesen Zukunft, so sehen die meisten das. Und vor allen Dingen, was einen Wert natürlich auch immer treibt, ist Angebot und Nachfrage und Verfügbarkeit auch. Und die sieht bei Ethereum sehr, sehr spannend aus, deshalb guckt euch mal diesen Chart hier an. Das ist hier der Chart, der Ethereum-Supply über die Jahre zeigt und zwar mit dem entsprechenden Ausblick auf die nächsten Jahre. Und da seht ihr, die Kurve geht schon ein bisschen runter, das heißt, wir haben den Peak, den habe ich euch hier auch mal rot gelabelt, schon gesehen. Hier ist also der Peak gewesen, das hier und seither geht es ganz sanft nach unten, das heißt, das Angebot schrumpft. Wir haben aktuell 120,5 Millionen Ethereums draußen und von diesen Coins wird regelmäßig etwas geburned, etwas verbrannt. Das ist dieser Burn, der mit dem entsprechenden Update damals eingeführt wurde. Führt dazu, dass im jeden Jahr jetzt 1800 Ethereum vom Markt verschwinden und seit dieser Update-Mechanismus eingeführt wurde, sind schon 1,02 Prozent von allen Ethereum-Coins verbrannt worden. Das ist natürlich erstaunlich und hilfreich, wenn ein Asset immer knapper wird und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass sich Ethereum jetzt im Bärenmarkt gut gehalten hat. Außerdem gibt es ja jetzt Staking bei Ethereum in einer flexiblen Form, das heißt, du kannst auch wieder unstaken, das war früher nicht möglich. Und mit diesem neuen Feature ist Ethereum nochmal spannender geworden. Es gab die Vermutung, Ethereum würde leiden und viele würden unstaken und abverkaufen. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, seither steigt das Volumen von gestakten ETHs immer mehr an und das nimmt nochmal mehr Angebot vom Markt. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Aspekt, wenn man hier sieht, 20 Millionen sind entsprechend schon gestaked und Tendenz steigend. Es gibt ja auch einen entsprechend ganz guten Return on Investor zwischen 3,8 und 5 Prozent, je nachdem. Und mit Ausblick auf mehr auch noch, wenn die Nutzung der Chain und die Gas-Fees noch mehr zunehmen. Das ist also etwas, was sehr, sehr spannend ist und deshalb muss ich auch sagen, Ethereum hat viele Punkte, die einen spannenden Ausblick haben. Wir müssen am Ende konstatieren und hiermit will ich auch zum Fazit kommen, dass es eben viele gute Aspekte gibt und Ethereum wahrscheinlich die 10.000 Dollar echt erreichen kann. Aber man sollte ernst nehmen, was der Kopf der ganzen Bewegung, was Vitalik Butterin sagt, dass das ganze Konstrukt, das ist so ein bisschen wie so ein Baugerüst, wo immer mehr draufgepackt wird. Und das wird irgendwann wackeliger und wackeliger und man hat Angst, wenn man da noch drei Anbauten macht, dass es irgendwann vielleicht umfällt. Tatsächlich wäre das natürlich der Worst Case. Ich glaube da persönlich nicht dran, das soll auch nicht heißen, dass das jetzt direkt bevorsteht. Aber es ist immer ein Punkt, der als Risiken noch genannt werden muss. Macht immer euer eigenen Research, das hier ist keine Finanzberatung, sondern meine persönliche Meinung dazu. Und ja, die andere regulierungstechnische Seite ist natürlich auch noch gegeben. Es könnte auch noch von Regulierungsseite Probleme geben, auch so, wenn es darum geht zum Beispiel, was passiert alles auf Ethereum? Vielleicht will man dann für jedes Protokoll ein KYC. Und also es gibt eine ganze Reihe Sachen, die noch nicht klar sind. Trotzdem, und hiermit kommen wir zum Fazit, ist mein Ausblick auf Ethereum ausgesprochen positiv. Makroseitig haben wir gesehen, sieht es ziemlich gut aus. Der Fall geht hier nur deshalb nicht ganz nach Norden, weil eben das Thema technologische Komplexität und kleine regulatorische Unsicherheiten noch bestehen. Und charttechnisch haben wir gesehen, sieht das auch gut aus. Der ist stark gewesen, der hat immer Stärke gezeigt. Das zeigt auch, wenn Bitcoin jetzt besser war, aber verglichen mit anderen Altcoins hat sich Ethereum hervorragend entwickelt. Und wir sehen, der Chart hat locker das Potenzial im nächsten Bullrun, diese 10.000 Dollar zu erreichen. Wir können also von ausgehen, Ethereum ist und bleibt ein extrem spannendes Krypto-Investment. Macht euren eigenen Research. Das war meine Meinung zum Thema. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei all euren Aktivitäten. Trade immer safe. Bleibt der Blockchain treu. Und wenn euch das gefallen hat, gebt uns ein Like.